Was halte ich jetzt für ein Gerücht? David, leck mich. Nein! Da fällt der Tobi einfach runter. Flo, kannst du mir beantworten, wie man bei so einer leichten Challenge so viele Fails sammeln kann? Ja, weil wir uns runterschicken. Oh, dann war ja gut, dass ich so schnell weg war. Ja. Tobi ist jetzt gerade auf dem Schreibtisch. Da läuft er da oben. Jetzt läuft er am Kürbis vorbei, um die Ecke. Auf den nächsten Kürbis zu. Von dem Kürbis springt er jetzt runter auf die Uhr, in die Spinnennetze. Von der Uhr Ja, Tobi, auf die weißen Teile, zu den Kürbissen. Zu den Kürbissen. Und jetzt einfach runterspringen. Hier unten sind Spinnenweben. Ich bin von der Uhr direkt in die Spinnenweben gesprungen. Ja, das kann man natürlich auch machen. Tobi, hier sind Spinnenweben. Naja, bin ich normal? Hier sind Spinnenweben. Ja, ja, ich warte noch auf einen gewissen... Boah. Ja, Tobi, der David kann direkt von der Uhr springen, ne? David, du kannst direkt von der Uhr springen. Das weiß ich, Mann. Es leckt aber. Oder von den weißen Teilen. Mach's von den weißen Teilen, da ist alles sicher. Habe ich den Maul. Ich hab nicht hoch zu sterben, sonst bin ich genauso schlecht wie Tobi. Von dem zweiten Teil ist alles sicher, von dem zweiten weißen Teil. Alter Tobi, jetzt spring doch mal. Jetzt tu es, tu es. Junge... Junge, David, du bist wirklich nur ein Zentimeter daneben gesprungen. Komm, wie zurück, Prügel, Zogammel, oder? Ihr könnt dich töten nicht, dann wollen wir einen Apfel retten. Äh, da können wir dich trotzdem töten, der regeneriert nur für drei Sekunden. Äh, nee, für drei. Ja, okay, dann ist es, äh, nicht gerade höflich. Ja, ihr seid auch sehr nett, dass ihr mir diese ganzen Tränke und Äpfel auch... Ah, nein, ich schlag auch nicht mehr. Komm, David, du schaffst das. Ich leg noch einer. Komm, ich muss dir hoch. Dann schenke ich dir einen Cookie, wenn du das geschafft hast. Ich hab's geschafft. Ja, dir schenke ich doch keinen Cookie. Hm. David, auf das zweite weiße Teil, auf das zweite weiße Teil. Hier ist ein Globus. Auf das zweite weiße Teil. Auf das weiße Teil. Junge, hier ist ein Globus. Ein Globus. Spring auf das weiße Teil, Mann. Wo ist... Jo, da. Es wächst, Mann. Lol. Wieder Johann von Wienstein. Ja, ich war im... Alter Schwede. Boah, Flora, aber guck dir auch das Fenster an, wie geil das ist, ne? Ich weiß. Mit der Schiegelung. Nö, also... Schnell bemerkt gerade, Junge. Auch ein bisschen bemerkt. Ja, und? Das konnte man schon längst davor bemerken. Konnte man nicht. Doch, das hier unten zum Beispiel die Lampe ist, hat man schon immer gesehen. Ja, oder wenn man an die Decke schaut... Komm schon, du wirst sowas von sterben. Oh, Falk. Wo ist hier eine Lampe? Ey, Leute, wer eher an mir dran ist, der kriegt den Diamanten. So würde ich jetzt einfach tot. Da dachte er, wir... Glasflaschen, Glasflaschen. Oh mein Gott. Goldene Äpfel, goldene Äpfel. Ah, töten, töten. Ey, David hat's geschafft. Oh, nein, wir müssen uns beeinflussen. Bevor David als erster da rumspringt und den Diamanten... Oh, da dreht er wieder um. Ey, David, willst du nicht dir das angucken? Dieses Zimmer aller Zimmer. Oh, scheiße, ich bin erst mal vor die Decke gesprungen. Jetzt holt mich wahrscheinlich auch noch Flori... Nee, Flori, kein Ding. Oh, danke, dass du mich buhselst. Jetzt bin ich auch noch von Tobi. Was ist das denn? Ich guck mir hier mal was an. Oh, schnell. Hey, Flori. Leider können wir uns nicht in der Luft schlagen. Ich hab's geschafft. Nein, David hat die Kiste. Egal. Oh. Oh, erst mal alle Gesch... Das ist doch mega leicht. Ich hab alle Geschwindigkeitstränke weggesagt. Ja, ich... Ja, der Tobi hat gesagt, das war mega leicht, ne? Das war gerade David. Ja, klar. Oh, nee, nicht die Tschechel. Die ist so scheiße. Leute! Oh mein Gott. Nein, die... Ey, Flori, Flori, ich hab... Flori, jetzt warte. Ja, wir warten doch. Der David ist runtergefallen. Lütz dich, lütz dich. Tralalalala. Da hab ich noch nicht mal was gemacht. Alter, David, jetzt bist du mit den Fails wieder vortoben. Okay, schnell. Los geht's. Wo lang? Hier. Ja, rechts. Scheiße, ich schaff's nicht, ich schaff's nicht. Ja, ich bin tot. Tobi, Arsch! Junge, ich hasse diese Challenge for life, hasse ich sie. Warum? Was musst du denn hier machen? Ja, in den Neta, bevor du aufschlägst. Das ist so schwer. Hä, wo musst du denn... Bekommt man durch den Neta kein Falsches? Junge, ich hätt's fast geschafft. Dann bist du im Netatum. Nein! Ich spring doch vor. Ey, ey, stopp. Wenn man hier an die Straße anguckt, nicht runterschlafen. Das wird so asin. Nein, ich hab's nicht geschafft. Boah, Leute, hier sammle ich jetzt richtig geile Fails. Ja! Ich hab's auch geschafft, Flo. Wir sind die Kings, wir sind die... Oh, ey, stopp. Hier runterschlagen wäre richtig assi. Ja. Junge, geh auf die Druckplatte. Geh auf die Druckplatte. Geh auf die Druckplatte, Flo. Flo, dreh um, dann ist es geil. Junge, sonst kannst du es nur halb genießen. Es ist einfach alles rot. Geh mal auf die Druckplatte da hinten. Hallo, ich muss nochmal joinen. Ich konnte David nicht schlagen. Ich find das Herz voll geil. Ja, Flo, komm doch mal her. Nom, nom, nom. Ach man, Flo, er lebt einfach nur halbes hier. Geh mal auf die Druckplatte da hinten. Ich hab knapp. Und jetzt, Leute, guckt euch das Herz an, liebe Zuschauer. Das menschliche Herz hier. Ey, jetzt wartet doch mal, bitte. Ja, dann ist alles so rot. Guck es dir an. Ich bin schon gerade. Ach so. Was passiert, wenn man in das Portal da geht? Weißt du das? Ne, aber ich geh lieber nicht rein. Ja, ich auch nicht. Ich hab in einem Video gesehen, dass man in das Portal geht. Da bin ich in Singleplayer auch lieber da rein. Oh nein, jetzt hat der Florian das Feuerzeug. Lass es. Ja, geh. Stopp, bereiten wir den anderen da einen Empfang. Ja, geh, komm, komm, komm. Warte, ich trinke Geschwindigkeit. Mal gucken, ob ich dich noch... Ach, Flo hat auch Geschwindigkeit. Ne, weiß ich gar nicht. Junge, wie ich den Flo noch einhole. Nimm, 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 nimm. Ja, scheiße. Flo, schneller, schneller, schneller. Mehr, mehr, mehr. Auf dem Kloster geht leider nicht. Weiter, 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 weiter. Wenn ihr das Feuer verbraucht, dann wäre das scheiße noch. Nein, man braucht es nicht. Aber man hat einen Checkpoint, man hat einen Checkpoint, man hat einen Checkpoint. Ne, eben nicht. Lol. Scheiße. Weg hier. Ins Wasser. Hui. Ey, Tobi, komm, wir sind wie... Ich hab dich nie geschlagen. Tobi, ich hab dich nie geschlagen. Junge, ich schwör dir. Tobi, ich töte dich, Tobi. Junge, ich hab keinen Bock darauf, Tobi. Tobi, ich mach das nicht nochmal, ne? Ich würde mich tippeln. Du kannst dich da nicht tippeln. Ja, lass es doch. Ja, ich schlag dich nicht. Was müssen wir hier eigentlich jetzt machen? Einfach, Tobi, guck dir das Herz mal von oben an. Geh auf die Druckplatte hier. Da putzt man in das Portal, was da... Aber Tobi, geh erst auf die Druckplatte. Und dann bewegt dich am besten nicht. Und ich hau jetzt erstmal ab, Leute. Ey, ich konnte das Herz gar nicht sehen. Ey, jetzt warte doch mal, Tobi. Ne, ich hau ab. Dann kannst du mir aber glauben. Ach, jetzt kommt das richtig, Geide. Oh. Torben, warte. Torben, ich geh nicht wieder hierher. Hallo, ich steh doch vorm Neta-Portal. Ich warte hier, aber ich hab keinen Bock da runter. Nee, ich bin dich gar nicht. Äh, ich mein, ich steh... Ich steh auf der anderen Dimension. Tobi, komm mal. Ich werd immer wieder nach oben. Tobi, hast du gesehen, wer das wieder... Was? So muss das. Alter, Tobi, und jetzt, ähm... Achso, ja, sorry. TP, E32. Oh, teleportieren ist nicht möglich, da der Spieler nicht in der gleichen Dimension ist. Äh, Flo, du kannst... Ey, nein, nein, nein. Nein, jetzt lass es doch einmal. TP, E, E. TP zu mir. Torben. Ja. Flori, Flori. Komm schon, David. Guck, es ist auch... Flori, Flori. Nein, Flori, guck, was ich mache, Flo. Und dann mach das auch. Ey, jetzt wartet doch mal. Ja, ich konnte doch nicht anders sehen. Ja, aber hör da auf, irgendwas... Äh, was machst du denn? Ja, guck einfach. Du wirst es verstehen. Was passiert, wenn man hier vorne... Ah. Du, du rechts, ich links. Okay. Boah, hört auf zu schlagen. Mach mal. David, du wirst es schaffen, komm. Nein, das geht nicht, es leckt gerade zu toll. Zu toll? Ich fall da die ganze Zeit runter. Juhu, es leckt so toll. Lol, der David hat es geschafft. Lol, der David ist da. Lol. Lol. Ja, ich hab nichts gemacht, ich bin die ganze Zeit runtergefallen. Nein, natürlich hast du es geschafft. Ich hab dich so gesehen, wie du hier vor mir langgelaufen bist, ey. Hör auf zu lügen. Nein, nein, David, David, ich hasse dich, ich hasse dich. Jürgen, mach den Abgang. Schnell weg hier. Nein, ich will mir das hier noch angucken. Leute, guckt es euch an, guckt es euch an, wie geil das einfach nur ist. Jürgen, schlag den weg von mir. Nein, Junge, ich will nicht zwischen die Brotten, tschüss. Ja, sag ich auch mal, ne? Hey, David, wo bist du? Ähm, David? Oh. David, ernst mal den Tobi. Ja, dann teleportier den mal hierhin, den David. Er hat es ja geschafft. Alter, wie viele, Junge, wie vieles wurde denn David? Jetzt die letzte Challenge. Geschafft, geschafft, geschafft. Ah, das leckt gerade. Wie, Tu, geht so einfach, wo ist hier der Diamant? Ich will ihn auch suchen. Flo, wie viele Diamanten hast du eigentlich? Fünf. Scheiße, du darfst ihn nicht finden, bitte nicht. Ich hab ihn, ich hab ihn. Komm schon. Bitte, Tobi, bitte lass, bitte lass du ihn haben tun. Ja, da oben ist er, da oben ist er. Sehr gut. Tobi, snack in dir. Jawoll. Wie viele Diamanten hast du, Tobi? Äh, drei oder so. Gut, ich hab die meisten Diamanten und die wenigsten Fels. Ich hab nämlich sechs. Ja, jetzt war's nochmal. Ja, weil, ey, ich wurde so auf den Tronzer gestanden, sonst hätte ich ja daumen. Leute, wer hat gewonnen? Da, 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 da. Flo, ich würde erst mal den Spawn-Setten hier. Jetzt hört mal bitte auf. Wo sind nicht den Spawn-Setten? Mein Gott, Jungs, ganz ehrlich, wie blöd seid ihr? Hab ich doch nichts. Ja, wer war das denn? Hä, man settet den doch gar nicht für alle, oder? Natürlich. Weißt du, hört einfach mal auf. Hä, das stimmt doch gar nicht, das stimmt doch gar nicht. Oh, jetzt hab ich doch nicht. Ja, ey, Trorben, geh mal hier rein und... Loll. Troll, loll, loll, loll. Hä, siehst du, es wurde gar nicht für alle gesettet. Doch. Der David ist nur nicht gestorben, wenn er gestorben wäre, der Spawn-Setten. Ähm, ich wette nicht. Nein, das steht ja auch nur im Chat. The Game ends here. Ich hab drei Diamanten. Das steht bei mir nicht. Ich hab fünf Diamanten. Ich hab sechs Diamanten. David, wie viel hast du? Ey, Leute, wie viele Diamanten gab's eigentlich? Sechzehn. Ähm, dann haben wir elf, drei. David, wie viel hast du? Ja, rechne mal. Zwei hast du. Hast du zwei? Oh. Ja, geil, dann haben wir alle Diamanten gefunden. Hier, wir werfen... Nein, ich hab einen. Nein, das gibt es nicht. Ey, aber wir müssen einmal... Ey, Leute, es gibt noch ein Level. The Library Map. Okay. Ja, dann tippe mich. Nein! Nein, das ist... Hey, ich bin schon in diesem Film mit der tippe mich dahinter. Ja, ich kann grad... Ich muss mal kurz wegrennen. Los, öffne die Kiste. Hä? Bei Pallo. Ja, bei mir leckst du ein bisschen. Ich bin grad in dieser Zimmer, Map. Ah, schon, genau. Mit den Spitzenweben, da bin ich jetzt reinbegangen. Acht, Tag, David. Nein, du sollst in die Library Map. Ja, wie denn? Ich komm hier ja nicht zurück, wenn du mich nicht tippest. Okay. Lol, Tobi, was soll das denn? Jetzt bin ich bei Flori und ich... Ja, genau, Tobi. Sicherlich. Dann hat Tobi tippe mich. Junge, Tobi, mach einfach zurück. Ich häng im Boden. Mach es zurück. Tobi, ey, ganz im Ernst. Was soll die Scheiße? Ich war schon so weit. Du sollst aber nicht vormachen. Ja, dann haut mal rein da. Bei mir leckst es außerdem richtig. Ist das jetzt Library Map? Bei mir leckst es wieder. Wartet er noch. Boah, Tobi, ernsthaft? Ja, Leute, jetzt mach ich schon. Junge, das ist nicht schwer. Du, halt. Hauptsache, man ist schnell hier weg. Nein! Hä, was muss man hier denn machen? Leute, ich bin so dumm. Ich bin so dumm. Flori, verbinden wir uns beide gegen Tobi. Ah, Tobi! Ich werf gleich mit Diamanten auf hier. Ähm, wo bist denn du? Alter, was muss ich denn machen? Ähm, nach dem Level können wir dann auch nur noch einmal die Map angucken und dann ist Ende. Flori, Flori check mich, was man hier machen muss. Flori, Flori, Flori. Flori, Flori. Ich bin... Schnell, schnell, schnell. So, Leute, den ersten Button drücke ich jetzt. Nein, wartet doch. Nö. Der Flori will jetzt nämlich gerade... Oh, ich bin tot. Ja, okay. Ich bin nicht wieder an die Schlangen. Stopp. Alter, es leckt gerade. So, bitte. Ähm. Ja, okay. So, und jetzt müssen wir nur noch den zweiten Button drücken. Lass es, Flo. Dann lass ich es auch. Lass erst gucken, wo wir erlangen müssen. Ja, das soll es... Junge, das ist so einfach. Ah, da hinten ist... Bitte... Oh, Leute, ihr seid so dumm. David. Ihr seid so dumm. Ach, ich... Oh, ja, dann hören wir, Tobi, wir können einen Abflug machen. Leute, ich will echt nichts sagen, aber ihr seid ganz schön dumm. Okay, jetzt kommt der zweite Button. Alter, Tobi, das... Meine Frise, das ist echt...